Wir können zwar keine fliegenden Fahrzeuge in Night City steuern, aber Mods machen uns das Fliegen trotzdem möglich. Wie das funktioniert und welche Mods es sonst noch so gibt, zeige ich euch heute. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Cyberpunk 2077 Video. Wir warten nach wie vor auf Infos zu den kommenden DLCs und Erweiterungen für Cyberpunk, die meisten von uns haben das Spiel bereits durchgespielt und fragen sich jetzt eventuell, was es noch zu tun gibt. Eine Möglichkeit ist dann mit Sicherheit das Ausprobieren von Mods. Weil die Modding-Community ist riesig und auch wenn es für Cyberpunk noch keine offiziellen Modding-Tools gibt, ist die Anzahl an Mods, die wir jetzt schon runterladen können, nicht zu verachten. Ich zeige euch heute eine bunte Sammlung an Mods, die mir besonders gut gefallen haben. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, weil später zeige ich euch in dem Video noch eine Möglichkeit, wie ihr als männlicher V eine Romanze mit Judy starten könnt. Alle Links zu den Mods findet ihr unten in der Videobeschreibung. Fangen wir mit der wohl wichtigsten Mod an. Cyber Engine Tweaks behebt nicht nur Performance-Probleme und einige Abstürze, sondern ermöglicht euch auch das Benutzen einer In-Game-Konsole, in die ihr verschiedene Befehle eingeben könnt. Wichtiger ist allerdings, dass einige der folgenden Mods nur in Zusammenhang mit Cyber Engine Tweaks funktionieren. Und damit kommen wir dann auch schon zur zweiten Mod auf meiner Liste oder der ersten richtigen Mod. Free Fly macht genau das, was der Name bereits vermuten lässt. Die Mod erlaubt es euch, frei durch Night City zu fliegen. Dabei könnt ihr auch durch Gebäude und Objekte hindurch fliegen und so zu geheimen Orten gelangen, die man ansonsten nicht erreichen kann, wie zum Beispiel das Orbital Air Space Center. Mit einem Hotkey, standardmäßig ist das die Taste 5, könnt ihr vom Boden abheben und Night City aus der Luft bestaunen. Mit den Tasten 6 und 7 könnt ihr die Geschwindigkeit erhöhen oder verringern und mit den Tasten WASD sowie der Maus bewegt ihr euch in der Luft. Das funktioniert alles ziemlich intuitiv. Während ihr in der Luft seid, wird die Zeit angehalten, damit euch die Schwerkraft keinen Strich durch die Rechnung macht. Für diese Mod müsst ihr wie vorhin erwähnt Cyber Engine Tweaks installiert haben. Zurück am Boden sorgt die Mod Better Vehicle Handling für ein besseres Fahrverhalten von Autos und Motorrädern. Am Verkehr selbst ändert die Mod nichts, sondern nur am Handling der eigenen Fahrbahnuntersätze. Da man das im Video schlecht verdeutlichen kann und Geschmäcker verschieden sind, würde ich euch empfehlen, hier selbst auszutesten, ob euch die Mod zusagt. Mir hat das angepasste Fahrverhalten vor allem bei den Motorrädern gut gefallen, aber zum nächsten großen Rennsportprofi wird mich die Mod wohl auch nicht machen. Vom Fahrverhalten kommen wir zum Lauf- bzw. Gehverhalten mit der Mod Walk Key on PC. Seid ihr es auch leid in geschlossenen Räumen oder während ihr am NPC folgt rumzurennen, als hättet ihr mindestens einen Liter Kaffee oder andere Substanzen intus, dann geht's euch ähnlich wie mir. Mit dieser Mod könnt ihr bei gedrückter Alt-Taste gehen, was ansonsten leider aktuell nur mit einem Gamepad möglich ist. Kein großes Feature, aber für mich trägt die Möglichkeit zu gehen maßgeblich zum Feeling und der Immersion bei. Und wenn wir hier schon mal im Rotlicht unterwegs sind, widmen wir uns doch direkt mal der obligatorischen Nude-Mod. Es gibt wohl kaum ein Spiel, für den es keinen Nacktpatch gibt. Und natürlich gibt's den auch für Cyberpunk. Denn obwohl man seinen Charakter in der Charaktererstellung und im Inventar komplett nackt sehen kann, ist das im Foto-Mode nicht möglich. Da trägt wieder nämlich plötzlich Unterwäsche. Der Underwear-Remover schafft da Abhilfe und entfernt die überflüssigen Textilien. Was ich hier allerdings natürlich nur zensiert zeigen darf. Um euch mit eurer neu gewonnenen Freiheit noch besser in Szene setzen zu können, hilft euch die folgende Mod. Cyberpunk 2077 Camera Tools ist quasi eine verbesserte und umfangreichere Version des Foto-Modes. Mit dieser Kamera könnt ihr euch nicht nur frei bewegen und beliebig weit von eurem Charakter entfernen, sondern ihr könnt auch die Tageszeit ändern, die Zeit weiterlaufen lassen und das komplette Interface ausblenden und so zum Beispiel eure eigenen Videos aufnehmen. Außerdem könnt ihr all das auch während Zwischensequenzen machen, in denen man sonst nur Bilder aus der Ego-Perspektive aufnehmen kann. Die Installation und Konfiguration ist hier etwas komplizierter als bei den anderen Mods. Lasst mich also in den Kommentaren gerne mal wissen, ob ihr dabei Hilfe braucht, dann mache ich dazu nochmal ein eigenes Video. Wenn ihr jetzt einige Stunden mit den neuen Camera Tools verbracht habt und feststellt, dass euch euer Charakter eigentlich gar nicht mehr so wirklich gefällt, habe ich auch da eine Lösung für euch. In Cyberpunk 2077 ist es leider bisher nicht möglich, seinen bereits erstellten Charakter im Spiel noch optisch anzupassen. Hier hilft die Mod Arasaka Appearance Updater. Ihr müsst das heruntergeladene Archiv nur in euren Windows Benutzerordner entpacken und anschließend die Exit-Datei darin öffnen. Nun sollte das Programm automatisch den Ordner mit euren Cyberpunk Save Games erkennen. Sollte das nicht der Fall sein, könnt ihr diesen mit einem Klick auf Browse auch manuell suchen. Standardmäßig wird das letzte Save-File ausgewählt, ihr könnt euch aber auch für ein beliebiges anderes entscheiden. Klickt anschließend auf Load und die Werte eures Charakters werden geladen. Hier könnt ihr nun einen anderen Haarschnitt und verschiedene Optionen für euer Gesicht wählen. Ihr könnt die Cyberware im Gesicht ändern, euch andere Tattoos verpassen oder euren Hauttyp sowie Piercings und Make-up neu festlegen. Die Mod ist noch Work in Progress, daher kann man bisher beispielsweise leider noch nicht die Haarfarbe ändern. Wenn ihr jetzt mit euren Änderungen zufrieden seid, klickt ihr auf Update und anschließend auf Deploy. Ihr solltet vorher aber sicherheitshalber ein Backup von eurem Save-File machen. Wenn ihr den Spielstand jetzt in-game ladet, erwartet euch euer angepasster Charakter. Auch wenn die Lösung nicht perfekt ist, ist es trotzdem besser als komplett von vorne anfangen zu müssen und erspart euch eine Menge Zeit. Zeit erspart euch auch die nächste Mod, denn mit Instant Disassembling und Crafting könnt ihr Gegenstände direkt herstellen, ohne dafür eine halbe Sekunde lang die Taste drücken zu müssen. Das ist gerade dann hilfreich, wenn man massenweise Munition oder andere Gegenstände herstellt oder seinen Crafting-Skill verbessern möchte. Das gleiche gilt auch für das Zerlegen jeglicher Items. Zuletzt kommen wir jetzt noch zu einer Mod, die euch einige Cheat-Möglichkeiten gibt und euch außerdem das Teleportieren an verschiedene Orte und eine Romanze mit Judy als männlicher V erlaubt. Für die Mod Simple Menu benötigt ihr zuallererst wieder die Cyber Engine Tweaks. Wenn ihr im Spiel die Konsole mit der Taste Ö öffnet, sollte dort nun angezeigt werden Simple Menu Loaded Successfully. Daran erkennt ihr, dass ihr beides richtig installiert habt. Mit der Taste Ende, welche sich über den Pfeiltasten befindet, könnt ihr im Spiel nun das Simple Menu öffnen. Ihr müsst währenddessen die Konsole offen lassen, damit ihr einen Mauscursor seht. In dem Menü könnt ihr euch jetzt beliebig viel Geld oder Materialien sowie Munition und andere Verbrauchsgegenstände direkt ins Inventar cheaten. Außerdem könnt ihr euch so auch ikonische Ausrüstung oder Waffen herbeizaubern, die ihr ganz einfach aus einer Liste auswählen könnt. Unter dem Reiter Player könnt ihr euer eigenes Level oder das Streetcrat Level erhöhen und euch beliebig viele Attributs- und Vorteilspunkte zuweisen. Der nächste Tab bietet euch die Möglichkeit, euch mit einem Klick zu den verschiedensten Orten zu teleportieren, unter anderem zu Wies Mention, die man sonst nur über Glitches oder im Secret Ending erreichen kann. Im Reiter Vehicle könnt ihr alle Fahrzeuge, die man im Spiel kaufen kann, freischalten und auswählen, dass Fahrzeuge direkt an eurer Position erscheinen und nicht erst zu euch hinfahren. Der Tab Misk hält einen God-Mode parat, der euch unsterblich macht, aber passt vor eigenen Explosionen auf. Und der Reiter Quest bietet euch verschiedene Quest-spezifische Optionen und die Möglichkeit, auch als männlicher V eine Romanze mit Judy eingehen zu können, was sonst nur mit einem weiblichen Charakter möglich ist. Hierfür müsst ihr die Option anklicken, nachdem ihr den Generator in der Mission Pyramid Song repariert habt. Es wird aber geraten, ein Backup-Save-File zu erstellen, falls das Ganze nicht funktioniert. Die Funktion habe ich selbst noch nicht ausprobiert, aber lasst mich doch mal in den Kommentaren wissen, ob das bei euch funktioniert hat. Das Menü bietet noch eine Vielzahl an weiteren Optionen, die größtenteils selbsterklärend sind. Falls ihr aber noch zu einer der Mods Fragen habt oder mehr dazu sehen wollt, schreibt mir das einfach in die Kommentare, dann mache ich dazu noch ein separates Video. Ihr könnt mir auch auf Twitch folgen, da bin ich am Mittwoch um 23 Uhr das nächste Mal live und beantworte auch immer gerne eure Fragen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und aktiviert die Glocke, um zukünftige Guides und News rund um Cyberpunk nicht mehr zu verpassen. Schaut euch außerdem auch mein letztes Video an, wo ich über die Zukunft von Cyberpunk rede, oder guckt euch den Guide zum Secret Ending an, um zu erfahren, wie ihr das geheime Ende ganz unkompliziert freischalten könnt. Das war es jetzt erstmal von mir, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.